Ich habe mal wieder von einer Stammkundin einen Auftrag bekommen. Dieses Mal möchte sie eine Grußkarte zur goldenen Hochzeit für ihre Großeltern. Denn normalerweise gibt es mir immer eine Idee an die Hand oder zumindest irgendwelche Vorstellungen, Farbwünsche oder was auch immer. Dieses Mal hatte sie selbst überhaupt keine Idee und auch überhaupt keine Vorstellung. Also habe ich einfach mal gemacht. Und wie das bei mir immer so ist, ich habe immer nur so ein grobes Ding im Kopf und ich bastel dann so vor mich hin und mir kommen dann die Ideen, währenddessen ich arbeite. Und so ist es auch in diesem Projekt gewesen. Ich hatte einen Plan mir zurechtgelegt und nachher sah das Ding irgendwie doch ganz anders aus, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und die Kundin ist auch zufrieden, so wie ich das schon gehört habe. Sie bekommt immer Fotos vorab. Und ich habe auch noch einen Auftrag von ihr, den ich jetzt die Tage noch umsetzen werde. Und auch da habe ich mir gedacht, dass ich euch wie in diesem Video einfach mal zuschauen. Ja, und ich will irgendwie auch gar nichts dazu sagen. Es ist irgendwie selbsterklärend, was da passiert. Falls ihr denn noch Fragen habt, dürft ihr sie mir natürlich gerne stellen. Schreibt es mir in die Kommentare und dann werde ich darauf reagieren. Entweder antworte ich im Kommentar oder wenn es viele Fragen sind, dann würde ich dazu ein separates Video machen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank.